Ich bin unverwundbar, Kleiner. Sagst du, ich sage dein Vorhang geldgleich. Und nun ist es Zeit, dieses Kinderspiel zu wenden. Sobald ich mit dir fertig bin, keine Ratte, nutze ich die Macht des Kemoa, um alle Lebewesen dieser Erde auf allen Vieren vor mir kriechen zu lassen. Weißt du, wieso überdenkst du nicht diesen unsinnigen Weltherrschaftsplan? Die meisten Leute hassen Schlangen und... Du spielst auf Zeit. Tue ich? Ja. Bist du ganz sicher? Ja! Erwischt! Ah! Oh! Du meinst wohl wer? Oder heißt es wem? Grammatik war nie meine Stärke. Egal, ich bin Stahlschäbel. Deine Kraft der Verwandlung ist chancenlos gegen meine Magie. Machst du Witze? Hey, ich bin... Ich bin... Ich bin... Das erste Mal, dass mir Bücher gefallen. Du kannst mich nicht besiegen. Du bist ein zerbrechlicher Kristall. Kurz vom Zerbersten. Wer ist zerbrechlich? Ben, hast du das Buch? Ich hab's kapiert. Du stehst auf ihre Bücher, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Es ist die Quelle seiner Macht, du Blockschädel. Mein Kopf ist gar nicht so blockig. Das Spiel ist aus, Kinder. Nun Kegosum inkolubum. Set nun es inkolubum. Warte, ich glaube, das Buch ist die Quelle seiner Macht. Und nun ist das Kapitel zu Ende. Moment, war das ein Scherz? Das Grimoire! Gib es mir! Tut mir leid, ihr Rücker, bist überfällig. Siehst du das, Wadenschatz? Au, 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 au! Lesen ist gut für die Bildung. Lispus, Owen, Victor, Anna, Miesus! Wir werden uns wiedersehen, Kinder. Hui, hast du das gesehen? Die Macht des geschriebenen Wortes. Oh, da fällt mir ein. Ich brauche noch ein Exemplar von Grimborg Girls. Also, würden Sie das unterschreiben für einen Freund? Klar. Wie ist sein Name? Ich möchte... Benzett! Benzett!